hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded so wie man sieht ich war natürlich nicht untätig ich habe einmal oben die seilbahn ein bisschen höher gebaut ein bisschen abgeändert habe hier unten unsere ankunft habe ich ein kleines häuschen hingezimmert ich konnte es so nicht stehen lassen die materialien für den mixer habe ich natürlich auch gesammelt sollten auf jeden fall genug sein um diese paar blockaden da zu bauen und hier war es halt so dass ich dachte wenn wir hier schon ankommen dann soll es doch vernünftig aussehen oder so mit indirekter beleuchtung kleine hütte so und wir müssen ja dahin das müsste der turm sein das problem ist verbindung blockiert das heißt das rasen im weg dann müssen wir den turm tatsächlich noch mal höher bauen das habe ich mir aber auch schon gedacht damit wir quasi keine hindernisse mehr haben aber dann können wir auch wenn wir den höher bauen ist vielleicht gar nicht verkehrt dann können wir auch in jeder ecke des gartens ohne dass wir da in irgendwelche schwierigkeiten kommen so hier wollte ich nur einmal kurz die hütte ein bisschen bauen und dann gehen wir gleich zum mixer sagt ich habe das hier halt nur so ein bisschen vorbereitet materialien reichen auch nicht ganz so aber für das bisschen das sollte schon mal passen so hier kommt licht das müssen wir gleich an machen weil letztendlich wenn es leuchtet möchte ich hier nochmal ein drunter setzen dass das wirklich so eine indirekte beleuchtung ist quasi so wie da jetzt dann können hier noch kisten oben drauf und ein bisschen lagerfläche also ich denke schon dass das ganz gut aussieht stänge haben wir jetzt tatsächlich keine mehr wir könnten jetzt hier noch ein bisschen klee reinhauen die können wir nicht werden wir kein gerüst mehr na gut denn hat das ja misst das ist ja das ist ja doof damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet kann ja hier nicht immer gedruckt gehen da müsste ich vielleicht hier die treppe noch mal um eine halbe grasplanke nach vorne versetzen kleinen moment also das machen wir noch schnell und dann gehen wir zum mixer da müssen wir noch mal einen halben raus das passt ja gar nicht wie ich mir das gedacht habe so dann käme jetzt die treppe die treppe hatten wir hier ist ja nee wird er jetzt nicht so wie ich möchte so jetzt fehlen natürlich zwei grasplatten ist aber kein problem ich habe das müssen wir gleich wieder heilen wenn wir zum mixer gehen wir haben hier unten noch welche liegen ändern das einmal schnell ab und dann gehen wir schon zum mixer bauen da schnell fertig und starten die maschine so dann kann der hier einmal weg perfekt dann müssen wir das ein bisschen kompensieren ist halt hier der aufgang ein bisschen schmaler vielleicht bauen wir hier noch mal ein stück raus so wie ich das hier oben gemacht habe da ist ja auch so ein rundell so diese andere seilbahn die zeige ich euch denn wenn wir soweit sind dass wir die zum ersten mal ausprobieren da war ich übrigens ganz dankbar wenn man die abreißt kriegt man die materialien wieder das wusste ich nämlich vorher nicht und da war ich ein bisschen skeptisch ob ich das wirklich wagen soll so denken wir uns einmal reinstecken ein schluss haben wir auch noch in der tasche ein schluck trinken so und dann wollen wir unbemerkt wir wollen ja nicht an die radnetzspinnen rankommen das heißt wir gehen unbemerkt hier durch unseren geheimen tunnel gehen wir da einmal durch und dann hopsen war die mauer runter nehmen wir erstmal die axt oder nehmen wir den ich denke die axt ist gut die nehmen wir als erstes wenn die aufgebraucht ist haben wir immer noch unseren gegen so da ist nur eine rattenspinne der gehen wir aus dem weg mit der wir wollen ja jetzt nicht unnötig vorweg schon ärger haben hier komme ich gar nicht hoch aber hier komme ich runter geranimo oh da ist auch noch eine so da sind wir doch schon ich hoffe das reicht keine ahnung ob das reicht aber wir können nichts falsch machen wir können höchstens aus unseren fehlern lernen wenn das nämlich nicht funktionieren sollte wie ich mir das vorstelle denn müssen wir halt beim nächsten mal ein bisschen anders bauen vielleicht auch ein bisschen hübscher dann können wir stehen lassen wenn es gut aussieht würde ich stehen lassen wenn es aussieht wie das hier das wird natürlich abgerissen und die restlichen baumaterialien die können wir denn der hütte da an unseren ankunftsort verarbeiten so wollen wir hier noch irgendwie wir haben ja noch stänge über ne irgendwas verdoppeln so in der masse ne kommt das passt wir lassen das jetzt so nehmen erst mal unsere armbrust habe ich hier den falschen dings ausgewählt so mag ich das doch dann weiß ich auch wo meine sachen sind okay so wir starten den mixer in drei zwei eins und go okay der ton kam schon mal jetzt bin ich mal gespannt was auf uns zukommt hier haben wir schon mal drei larven und die warten da hinten sind erst mal nur neugierig und spähen ein bisschen aus aber die sind zum glück keine gegner vor allem nicht in der masse so treffe ich denn die nicht aha und so dann holen wir uns einmal die pfeile wieder und die larven die sammeln wir gleich ein wunderbar also wenn das so bleibt würde ich sagen ich habe ein bisschen übertrieben mit dem bauen dann hätte ich auch ein bisschen ruhiger an die sache noch angehen können aber ich kann es mir nicht vorstellen noch ist der mixer ja nicht fertig ich weiß gar nicht warum ich das eine mal so probleme hatte als ich den beim rasen an na gut ich hatte noch gar nichts ich bin erstmal sauer einmal befreien wir gehen raus guck mal der ist mit der wand beschäftigt der interessiert sich gar nicht für uns so kriegen wir den noch schnell weg hier mit der axt ne packen wir mal kurz und klein ihn daneben so was war das ist das eine kleine aber die mag ich ja nicht so ne die klein würde ich tatsächlich mit der armbrust am liebsten wollen wir nochmal raus los wir gehen nochmal raus oh diesmal ist er nicht mit der wand beschäftigt so den haben wir abgewehrt oh mein gott jetzt wird es aber doch ein bisschen wild so die kleinen müssen weg die sind am schluss die hand vielleicht sollte ich die erst oh gott später loben was ist das achten der jemine ich würde sagen ich brauche einmal ein bisschen heilung so da muss ich noch ein bisschen gegen heilen vielleicht doch nochmal auf das oh gott die larven die machen halt auch so viel schaden ja die haben zuerst angefangen hier kaputt zu machen so die haben wir oh das nachladen dauert zu lange ich treffe halt nicht mit den pfeilen oh das war dumm wechseln so hier hab ich kaputt geboxt so hier hab ich kaputt geboxt man sieht hier bei den ganzen roten Kieren gar nicht mehr ob hier überhaupt noch was dabei ist ich glaub das wird langsam kritisch hier hinten an der Wand oh mein gott hab ich mich vielleicht mit ein paar zu vielen angelegt und ich hab keine Ausgaben mehr Autsch ja du hast hier auch rumgewerkelt ja komm ihr müsst jetzt die strafe erzeugen die ich euch auftrage hab ich's echt geschafft hab ich's echt geschafft das Ding steht noch ja die tun mir ja gar nichts mehr ah weil die jetzt weg sind okay nehmen wir hier noch ein bisschen was mit ne hab ich die eigentlich gescannt ja gescannt haben wir die so wo wo liegt denn hier noch was ein bisschen Loot oh da haben die aber gut was abgerissen ne also von innen hätte ich die nicht verteidigen können das muss ich leider sagen wie es ist nein der ist ist der kaputt der hört sich so komisch an aber hier sind ja alle Wände noch zu ähm ähm der sieht aus als wäre der kaputt oder ich glaub nicht dass das Funken normal ist ne der ist fertig wir haben den ersten Mixer geschafft Hammer damit hab ich jetzt nicht gerechnet also es war auszuhalten aber ich muss schon sagen also beim nächsten Mal die Art und Weise wie wir hier den Mixer einbauen ähm müssen wir uns nochmal da muss ich nochmal mir was anderes einfallen lassen das will ich überdenken äh das hat mir jetzt tatsächlich nicht so gefallen das war mir jetzt tatsächlich nicht sicher genug also erstmal sind die ja durchgebrochen das fand ich halt schon nicht gut und ich kann durch die Fenster mit der Hax leider nicht so hauen wie ich mir das gedacht habe aber mit der Armbrust das ging ja eigentlich ganz gut zumindest was die Larven anging aber da muss ich mir nochmal was einfallen also das das Ergebnis ist hervorragend ne es hat ja wir haben ja das geschafft was wir schaffen wollten aber es ist tatsächlich nicht so abgelaufen wie ich mir das vorgestellt hab also mir war klar dass das nicht leicht wird aber gedanklich in der Vorbereitungsphase bin ich davon ausgegangen ich laufe hier nur im Kreis und immer so am Fenster so tack tack aber ne dem war nicht so so haben wir hier noch Stängel der und jetzt haben wir alle weg ne die Stängel haben wir hier noch Stängel hier ist noch ein Stängel den nehmen wir auch gleich mit so ich würde sagen wir verarbeiten die erstmal an der Hütte dann reißen wir vielleicht noch den Rasen ab und dann gucken wir mal zu Berg mal schauen was Berg noch so für uns hat äh vielleicht ist ja das ein oder andere nützliche dabei wäre natürlich super oder vielleicht hat er auch noch ein paar Aufgaben für uns ne weil hier sind wir ja eigentlich fürs erste fertig sobald wir hier die Hütte gebaut haben haben wir ja eigentlich hier hinten nichts mehr zu suchen das äh wir wollten den Mixer machen den haben wir ja geschafft ach komm oh Otto ich habe hier gerade einen Kampf gehabt ja Kampf meines Lebens da habe ich keine Lust jetzt drauf ich bin nicht in Stimmung so so oh das ist so frech dass der fliegen kann und ich nicht so ja danke noch einmal herkommen bitte oh nächstes Mal ist kritisch oh und zack oh haben wir Otto auch noch geschafft wunderbar Mensch das läuft aber heute auch wieder ne ne aber da müssen wir nächstes Mal also den nächsten Mixer den müssen wir irgendwie anders einbauen so so zugesagt hat mir das jetzt nicht wie das abgelaufen ist aber gut ist also es war nicht schlecht aber es war jetzt auch nicht so gut ne und es war irgendwie total durcheinander ne das will ich doch gar nicht hier möchte so 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 na gut den Mensch nein da mir fehlen Seile kann ich welche herstellen und grobes Seil ich habe keine Pflanzenfaser und ich habe auch keine Stänge mehr hier gut dann holen wir die andere Palette noch wo kann ich denn die hinstellen hier dass die nicht im Weg ist ouch kein Problem bin Arzt so ich frage mich auch ein bisschen ob zumindest hier im unteren Garten immer die gleichen Tiere angreifen also im Sandkasten wären ja höchst bei oh nein komm hört doch auf Jungs ich möchte jetzt nicht nein lauf lauf kleiner ich habe hier ungebetenen Besuch mitgebracht oh der wichtige Stein ein Kiesel gut dann müssen wir halt einmal oben lang gehen ich möchte jetzt hier ungern kämpfen ne also ungern unnötig viel kämpfen so oh den nehmen wir noch mit so ne was ich mich frage ist so ein bisschen ob bei jedem Mixer hier im unteren Garten zumindest die die ich kenne also zwei ob da immer die gleichen Tiere angreifen der Mixer bei uns in der Nähe der Basis ich weiß gar nicht mehr welche Tiere dahin kamen aber ich glaube das waren auch die Larven oder ob denn so der eine Mixer hat mehr Ameisen statt Spinnen und Larven oder die Stinkwanzen im Sandkasten im Sandkasten sind es höchstwahrscheinlich die Ameisen Löwen und die Ameisen oh kommen wir da unbemerkt dran vorbei wir schleichen ja wir schleichen ein bisschen zu laut so macht aber nix oh ne Feder oh wir schleichen den Bogen die müssen wir mitnehmen so war das alles? tja da haben wir nix mehr gekriegt weiter das ist ja schade ne ok denn wollen wir mal dann wollen wir mal und eb oder auch nicht so ja für alles wird es nicht reichen aber gut was wir zumindest fertig kriegen das haben wir weg ne ah geht doch so na komm so na komm jetzt noch den hier neun haben wir noch das reicht gerade so nicht ne für alles das ist ja schade auch ein kleines so Hilfsgerüst wär gut so dann haben wir die Stänge jetzt alle weg dann können wir noch kurz Seile herstellen ein grobes Seil so eins zwei drei gut und dann können wir ja einmal hier wieder runter obwohl wir haben ja hier noch Löwenzahn ne komm die paar Stänge machen wir noch eben fertig und dann wir gehen gar nicht direkt zu Berg bei Berg müssen wir übrigens auch noch eine Landestation machen da bauen wir auch eine Seilbahn hin überall Seilbahn hin so dann wir fahren erstmal mit unserer Seilbahn in eine Basis ich mein wir haben die ja noch gar nicht ausprobiert und ich hab euch noch gar nicht gezeigt was ich da abgeändert hab so wo haben wir die eins, zwei komm ich da ran ja und die beiden so das sind jetzt sechs das wird nicht ganz reichen äh zwölf sechs, zwölf könnte reichen komm wir probieren das aus wir wollen jetzt hier nicht unnötig farmen äh wir wollen wir wollen ja bauen so einmal den Weg hier hoch stellen wir die wieder hier mittig hin so wie viel haben wir denn offen das hier oben so hier sind zwei und die Dreiecke haben glaube ich drei ne ja zwei und drei eins eins so was brauche ich noch zwei, vier, sechs, acht, zehn äh da fehlen auch noch zwei sind zwölf und eigentlich wollten wir hier drunter noch zu machen aber gut dann nehmen wir erstmal die zwölf haben wir hier noch irgendwas was wir abbauen können auf die schnelle ah die ganzen pflanzen sind noch nicht nachgewachsen die habe ich nämlich alle schon gerodet hier ne das sieht nicht gut aus schade vielleicht das nächste mal wenn wir hier sind dann können wir jetzt leider nicht fertig bauen sonst müssen wir ja wer weiß wie weit laufen ne aber ich sag mal im Großen und Ganzen das sieht doch schon das sieht doch schon in Ordnung aus oder also ich finde es jetzt nicht schlecht das ist schon schick das gefällt mir schon noch besser ist natürlich wenn es fertig ist aber gut man kann halt nicht alles haben jetzt müssen wir erstmal hier wieder hoch da kriege ich wieder einen Drehwurm so oh hier habe ich auch noch ein bisschen angezeichnet ja nur so ein bisschen ne ein bisschen als ich gefarmt habe hier habe ich nur so einen kleinen Balkon gemacht ich weiß nicht ich finde das total schön so einen runden Balkon ja nur ein paar Grasplatten nur leider keine Stängel so und das habe ich jetzt umgeändert hier stand ja vorher hier die Seilbahn das hat mir aber nicht gefallen wegen dem Aufstieg schon alleine oder hier stand sie ja in der Ecke das habe ich mir das so gedacht und hier müssen wir auch noch da müssen wir noch irgendwie ein bisschen anders bauen ich weiß aber noch nicht wie durch diese halben Treppen weiß ich nicht wie ich das Geländer machen soll da muss ich noch gucken so aber dann würde ich sagen wir fahren jetzt das erste Mal Seilbahn auf die Plätze fertig los haha yeah okay also wir fahren gemütlich schnell ist anders aber ich sag mal die Hauptsache ist ja dass wir sicher vorankommen und auch schneller als wir es vorher sind jetzt müssen wir hier nicht mehr schwimmen und durch den ganzen Rasen und alles durchlaufen also wir kommen ja schon schneller vorwärts und sicherer als vorher ne und das ist ja die Hauptsache ein bisschen mehr Dampf könnte das oh nein was ist das oh gerade so kommen wir gerade so dran vorbei das ist nämlich auch so eine Sache wenn wir jetzt hier ein Grashalm haben auf dem Weg wir kommen jetzt auch schon langsam tiefer an dem wir auch nur mit den Füßen hängen bleiben dann fallen wir runter ah oh das passt doch super hier solange die Map nicht überarbeitet wird haben wir damit zumindest keine Probleme und wir haben den richtigen angepeilt das ist doch auch viel wert ja auf jeden Fall schneller und angenehmer als zu Fuß als quer durch den Dickicht aber die Plattform halt wie gesagt die müssen wir abreißen die muss noch höher ich werde jetzt schon bescheuert wenn ich dann diese Drehtreppe hochgehe diese Wendetreppe da werde ich jetzt schon bekloppt ne weil ich muss ja die ganze Zeit die Maus drehen oh Gott dann wird hier duselig also ich werde es noch höher bauen ich werde es auch erstmal mit einer Treppe höher bauen einfach nur weil es einfacher ist aber ich werde es später durch eine durch einen Fahrstuhl ersetzen vielleicht die Treppe fürs Aussehen lassen fürs Auge aber die werde ich gar nicht mehr benutzen kommt hier direkt daneben oder hinten in der Ecke vielleicht ein Fahrstuhl hin dass wir hier schneller hochkommen so und wenn wir diese Plattform nämlich fertig haben dann könnten wir nochmal eine Seilbahn machen zu Burke und Burke ist ja auf der anderen Seite vom Baum ne oh hier mit dem Bloom wo käme ich denn von meiner Position aus hier vernünftig durch vielleicht hier wenn man dieses Blatt anpeilt so genau zwischen den beiden wobei wenn wir wieder höher sind sieht das wieder ganz anders aus da gucken wir später nach ne so einmal runter ist immer noch der schnellste Weg jetzt einmal gucken aha so für die nächste Seilbahn bereite ich nämlich auch schon vor was ich jetzt absolut gar nicht gemacht habe ne wir haben zwei Kisten voller Materialien an der Vogeltränke und ich habe nichts mitgenommen ich habe mir nichts in die Tasche gesteckt nur das bisschen Loot jetzt hier von dem Kampf ach ist das ärgerlich aber hier gibt es doch noch sowas aha und wo hat der jetzt die Pilze eingesammelt weil der kommt doch von hier nicht bis zur Küche ähm hier ist soweit alles in Ordnung jetzt muss ich mal gucken das sieht gut aus das sieht auch gut aus beim Stein na gut die gehören da schon mal nicht rein so beim Ton auch nix wurde dann die Sachen eingelagert ups na hm hm okay das das irritiert mich jetzt ein bisschen jetzt habe ich ja nur noch die Kisten hier ne die ist leer ja der hat alles da hingepackt wo ich das eingelagert habe das sieht in Ordnung aus das gibt es ja nicht cool das wusste ich gar nicht das ist ja geil das finde ich cool das gefällt mir so jetzt wollten wir noch einmal gucken hier wir haben ja hier noch 13 Larvenstachel oh falsche Kiste äh 13 Stück ja wo wollen wir damit hin ne so legen wir die da hin gut dann würde ich sagen wir gehen morgen wieder zu Berg gehen in den Science Shop gucken mal was Berg so für Quest für uns äh ein Quest für uns hat dann schauen wir einmal nach ob wir uns da irgendwas neues cooles kaufen können und ja ich glaube ich werde gleich nochmal Materialien holen von der Vogeltränke also ich laufe jetzt gleich nochmal zurück einfach nur damit ich das hier einlagern kann wo es hingehört ne so ich bedanke mich fürs einschalten ich hoffe das mit dem Mixer war spannend wir lernen dazu ne wir lernen immer noch dazu wir sind leider noch nicht perfekt alles klar dann sehen wir uns morgen wieder ich würde mich freuen bis dahin machts gut ciao